Anfang des Jahres ist meine Mutter gestorben. Ein paar Freunde haben mir angeboten zu reden. Andere hatten kein offenes Ohr für mich. Noch heute kann ich sie anrufen und sie helfen mir, wenn ich Probleme habe. Ich kam hier anrufen und sieite. Ich konnte die Schmutzung nicht mehr so, ich konnte die Schmutzung nicht mehr geseitigt. Ich schaue ihn anrufen und sie zu mir war. Ich mache ihn anrufen und sie zu mir. Und da war ich sie nicht.